Für etwas über eine Million Euro kann man dieses Luxus-Wohnmobilier haben, aber dafür bekommt man auch wirklich alles, was man braucht und sogar ein bisschen mehr. Ausfahrbarer Flatscreen, 28 Quadratmeter Wohnfläche, komplett ausgestattete Küche. Geleuchteter Boden, Luxus-Schlafzimmer und jede Menge Schniefsack. Wie sieht es mit den technischen Details aus? Wie groß, wie schwer? Wir befinden uns hier in einem Fahrzeug mit einer Gesamtlänge von 12 Metern und einem Gewicht von ca. 18 Tonnen. Das merkt man natürlich auch auf der Straße ein bisschen. Demnach sind natürlich auch die Motoren und Getriebe und Bremsanlagen ausgelegt. Er verfügt hier zum Beispiel über einen 12 Liter Motor mit 480 PS. Naja, in diesem Wohnmobil fahre zwar nur ich, aber dafür hat es etwas zu bieten, womit auch der Mann aus Hollywood nicht dienen kann. Dieses Fahrzeug hat eine patentierte Mittelgarage. Das heißt, man ist also hier in der Lage, einen normalen Pkw unter Flur mitzunehmen. Das bietet natürlich eine ganze Menge Vorteile im Innenraum. Man merkt hier überhaupt gar nicht, dass ein Pkw drin ist. Man hat einen wahnsinnig großen Innenraum zur Verfügung, den man freigestalten kann. Ich gebe zu, ich bin schwer beeindruckt. Aber ich würde mich auch mit diesem kleinen Flitzer hier zufrieden geben. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.